Das ist das dritte Mal, dass er hier ohne Maske kommt. Ja, aber da ist diese ältere Person, dann greift man den nicht so an. Ich bin gehindert, ich bin Körperbehindert. Ich bin 67 Jahre, ich bin Körperbehindert. Ich bin nicht verletzt, ich bin nicht verletzt. Das ist ja gut, das ist kein Problem. Hier genug Zeugen. Hier italienische, die genug Zeugen. Ja, das ist ja sehr gescheit. Ja, ich hab's entschieden. Ja. Ja. Ja, bitte. Schick mir doch mal ein Fahrzeug. Ich hab's für einen Job, weil ich Kleiner schon wieder gesagt habe. Aber aus welchen Gründen machen Sie das aus? Aus welchen Gründen verstehe ich nicht. Er hat keine Maske. Er hat keine Maske. Das heißt, er soll das Gebiet verlassen. Das wird auch passieren. Das müssen Sie doch aber auch verstehen. Das verstehe ich nicht. Ich hab den Aufido. Ich will das verbreiten. Aber das machst du nicht. Vielen Dank.